Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallenscharf schalten. Dann müssen wir echt die Rufe schwingen. Vorsicht! Halt sie hin! Siehst du meine Taschen, William? Schnapp sie mir vom Hals! Fick mich! Folge mir! Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Halt sie mal! Hey, mach sie vielleicht! Hoffentlich funktionieren die Fallen! Wir haben die Abwehr, die wir vom Hals! Wir würden hier langsam flüssen die Fallen aus! Yes! Komm her! Wir sind los! Klaus! Auf die Höhe, was das sind, der Wolf? Ich bin das geil! Halt sie hin! Verrückt! Verrückt! Halt sie hin! Wir haben's nicht mehr. Ich muss noch höhren. Schnell! Schnell! Verdammt, du wirst hier langsam zu heiß fressen. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallenscharf, Scheiße. Dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Eine Scheiße. Vorrecht! Sie sind gerade Taschenbillard? Schaff sie mir vom Hals! Hier wird's hier langsam zu heiß, Mann! Fick mich! Folge mir! Hier entlang! Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten. Klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Hey! Das war mein Spack! Als ob die irgendwas sagt. Der Auftrag ist noch offen. Will jemand? Das ist mein Leben! Ich lasse niemanden entkommen, Schweinebacke! Das war mein Spack, ich für sie ist noch einiger Weg! Ihr könnt mir verteilen! Halt sich! Halt sich werde! Schaff deine Lücke, los! Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen scharf schalten. Und dann müssen wir echt die Hufe schwingen. Schade. Na gut, mal loslegen, Mann. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Scheiße, jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallen schalten. Eine Schande. Na gut. Ich werde beschaffen! Was ist das denn? Ich folge mir! Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten. Klar? Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Hey, du brauchst nicht bereit! Wir müssen hier in die Fallen. Shit! Alles okay, Mann? Driss die Fallen auf! Jetzt sei ich sehr schwach! Ich greif hier raus! Scheiße, Scheiße! Hey! Funktioniert! Was ist denn hier drauf? Huh? Ich bin mir dauernd. Ich habe immer dauernd, wenn man eine Sprengkraft hat. Halt sie mir vom Leib! Hier wird's hier langsam zu heiß! Hey! Wir sind das warm einschwacken! Als ob die irgendwas klarstellen wollen! Vorsicht! Ich brauche Hilfe! Schon dabei! Was ist das Warmwerberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Was? Da ist er! Zum Beschuss! Es ist langsam zu heiß, Mann! Halt sie fern! Ergib dich und wir finden eine friedliche Lösung! Gib auf! Wir sind allergischen Stärken, Baby! Schau! 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 Alles sauber! Eine verkabelt! Bleibt noch eine! Hayden! Bewegt deinen Arsch! So ein Sprengzinder braucht ein paar Sekunden! Wenn du ein Feuerwerk willst, müssen wir kurz warten! Die dürfen noch nicht kommen! Halt sie zurück! Habs fast geschafft! Ich bin nicht glücklich im Moment! Nicht glücklich! Die können noch nicht kommen! Los! 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 Los jetzt! Los! Stopp! Ich glaub dir scheiße scharfschützen! Was zum Teufel! Das sind keine scheiße Amateur eben! Oh! 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 Ich kann länger als du, Appeteur! Ich kann länger als du, Appeteur! Ich kann länger als du, Appeteur! Hey, ich sagte doch, hier geht alles dem Bach runter! Ich überlasse dir die Ehre! Warte, wo? Moment! Für mein Portfolio! Mach weiter! Wasp! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hey, der Angriff tut mir echt leid. Schon gut. Ich versuche mich nicht mehr an Dinge zu binden, weil ich sie normalerweise verliere. Das muss ich noch lernen. Ich kann nicht gut loslassen. Oh, ich brotle wie Mount St. Helens, das kannst du mir glauben. Aber ich bin nicht undankbar. Trotz des Rückschlags bin ich ein freier Mann. Dank dir. Jetzt also zurück nach Chicago. Sag mal, kannst du mich da irgendwie unterbringen, Mann? Äh, wir sind in deiner alten CTOS-Station. Echt, im Bunker? Das passt schon. Kannst kaum erwarten, deine Dateien zu zerpflücken und zu sehen, worum es hier eigentlich geht. Davon darf absolut nichts raus, T-Bone. Ich tausche es gegen Nicky. Mach dir da mal keine Sorgen. Du hast mir geholfen. Jetzt bin ich dran. Spürst du das? Das Gewicht von Trillionen-Bites-Informationen an der Fingerspitze. Jedenfalls musst du hier für eine Weile untertauchen. Was soll das alles? Bin nicht sicher. Sie hat was mit einem alten Job zu tun. Und irgendwer möchte nicht, dass ich was rausfinde. Ja. Hm? Schön, dass es dir gut geht. Sagst du mir, was passiert ist? Industrie-Spionage, korrupte Bullen, große Explosionen, Honey. Und du bist? Das ist Clara. Clara, das ist T-Bone. Auch bekannt als der legendäre Raymond Kenny. Im Ernst? Nicht alle in diesem Spiel sind Models, Kleines. Nein, ich... Ich meine... Wow. Ich bin ein Fan. Oh. Enjanté. Okay. Was ist passiert? Damien war hier. Was? Woher wusste er... Weiß nicht. Er handelt seinen eigenen Deal aus. Was mit Blumen? Davon hast du nichts gesagt. Ist okay. Nein, nichts ist okay. Du musst mir sagen, wo du alles drinsteckst. Und zwar alles, sonst entschlüssel ich in Scheißdreck. Also, Damien und Blue. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich entscheide selbst, worum ich mir Sorgen mache, ey. Hören wir doch mal zu. Ich brauche einen Namen von diesem Server. Unser Deal ist, ich bringe dir die Daten, du entschlüsselst sie. Tja. Dann hast du jetzt ein Problem. Hey. Wir brauchen dein Fachwissen. Der Server benutzt eine Verschlüsselung. Wir brauchen... Raymond Kenny. Bist du sicher, dass du die Daten beschaffen kannst, ohne geschnappt zu werden? Nein. Ach. Endlich. Bist du mal ehrlich. Gut, dann leg es besser los, Mann. Clara hier wird mich in ein paar Dinge einweihen. Danke. Jetzt habe ich alle Sorgenkinder zusammen. Clara an den Monitoren, T-Bone hilft mir, in Aireks Festung einzudringen und Geordi? Tja, Geordi macht, was Geordi so macht. Okay, sehen wir, was Airek da beschützt hat.